Bernie und Erd Oh, das Kümmelmose kommt zu Besuch Verfickter Spießer So, mal sehen, was räume ich denn zuerst weg? Hm, ich weiß, ich räume alles weg, was Batterien braucht Die Whiskyflasche? Nein, die braucht keine Batterien Das Feuerwehrauto? Nein, auch nicht Die Ukulele? Nein Aber der Vibrator, der braucht Batterien Aber vielleicht geht er kaputt, wenn er ganz unten in der Kiste liegt Ich räume lieber erst alles weg, was vibriert Der Vibrator und wieder vibriert, das kann ich euch sagen Na mal, Bernie, du hast ja noch überhaupt nichts weggeräumt Du, Erd, ich weiß einfach nicht, was ich zuerst wegräumen soll Mann, ist doch ganz einfach, räum doch einfach zuerst die Sachen weg, die du mir heute Abend in den Arsch stecken willst Okay, gute Idee, Erd Also, den Vibrator, die Whiskyflasche, das Feuerwehrauto und die Ukulele Dad? 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 Hat doch nur Spaß? Hm? Dad? 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 Dad?